Hallo, 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 na, alles gut bei dir? Jo. Watt lachst du denn jetzt hier? Mit dem Heißluftballon. Wie komm ich denn da raus? Kannst du mir das vielleicht verzählen? Mit der Zeichen. Achte jetzt, das doll, jetzt bin ich auf dem freien Fall. Kann man sich da eins wie vor retten? Hören wir mal, Junge. Kann man jemand da 112 rufen, den armen Jungen hier erst am Erstecke? Hör mal, ist bei dir noch alles gerade, oder was? Ja. Alles paletti. Und jetzt kannst du mal die Atemübungen mit mir mit. Nee, du musst atmen, nicht lachen. Mann. Und jetzt noch einmal atmen, ganz ruhig und lang. Du bist schon wieder aufgeregt, ich höre das doch bis hier. Was soll ich denn für dich rufen? Das ist doch eine Feuerwehr oder so? Nee, gar nichts. Gar nichts. Alles gut. Das ist alles dir wie top. Oh, das freut mich schon. Also, geht es dir gut? Ja. Das freut mich, schön zu hören. Sagen Sie mal, wie alt sind Sie? Ich bin 56. Knackige 56 Jahre jung. Das ist schön. Ich sag noch zu meiner Frau, Hilde, wenn du willst, dann dann kannst du mit meinem Poppes noch, weil Nüss ja knacken. Verstehst du nicht? Nein. Jo. Das ist so geil. So will man eine entspannte Runde spielen. Oh, Achtung, ich höre sie doch schon wieder. Warte, ich gehe drauf. Ruf! Ah! Da ist er doch. Das ist der Biba Butzemann. Der Biba Butzemann, der geht an deine Butze ran. Da musst du auffassen. Oh, Sniper X188, Loser. Ja, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das ist ein Loser. Eliminiert bei Kalle, kann ich da nur sagen. Also, ich heiß Kalle, falls wir uns so nicht vorgestellt haben. Wie heißt du? Manuel. Manuel, oh, das ist auch ein schönen Namen, muss ich sagen. Dankeschön. Ja, gern. Sie kommen mir sympathisch rüber. Wollt ihr mal sagen? Das ist lieb und nett. Dankeschön. Was geht denn mit diesem Auto? Mann. Oh, das ist problematisch. Ja, er ist crack. Ja, stark. Was wolltest du da sagen? Ich habe gesagt, er ist cracked. Cracked. Was heißt das? Cracked heißt, dass er kein blaues Leben mehr hat. Dann hier den blauen Strich da oben. Genau. Ach du Liebe, jetzt musst du aufpassen. Das hatte ich beim alten Fleerheim auch öfter, ne? Dass da die Leute versucht haben, mit dem Auto da rein durchzuziehen. Die musste ganz hinein, die musste da vorhin stoppen. Hier, den ist fast. Da aus, neben weg. Down ist den fast. Das muss aufpassen. Oh, da ist auch, wo kam das Auto da her? Ja, ich habe ihn. Hast du dann gesehen? Das kam er komplett aus der Luft geflogen. Der ist ja wahnsinnig. Jo! Boah, Hilfe. Das ist ja wieder ein Triebertraum. Du hast ein Auto. Fahr weg, mein Junge. Denk nicht an eine Kalle. Denk an dich, mein Junge. Hilfe. Hilfe. Hilfe mir doch. Strecke. Ich bin doch, ey. Ich bin doch, ey. Ich bin doch, ey. Okay. Ich komme nicht in dein Auto rein. Ja. Ja. Fuck you. Ne, doch nicht. Ich war ja wirklich am letzten Meter. Oh, Mensch, Junge. Wir sind doch ein Jude-Team. Weltklasse. Ah, Prust. Guck mal, ich nehme die mit. Mach das. Hier ist irgendeine Rockgitarre. Was ist das? Wenn du die spielst, dann mach die gute Metallica-Musik. Metallica, schön. Kennst du Metallica? In deinem jungen Jahren. Natürlich, natürlich. Ich liebe Metallica. Guck mal, oh, da ist doch ein Sangria. Kannst du den mal auf uns drüber machen? Was? Da, siehst du ja nicht den Sangria, mein Junge. Ach, das da. Ja. Das, äh, das nennt man ein Flowberry. Ach, ja, natürlich. Max, komm runter. Es gibt Sangria. Nein, nein. Oh, das ist nicht so gut gelaufen. Ich bin, äh, von 34 Metern runtergefallen. So, ich setz mich jetzt auf den Thron und Ende. Na, doch, klar, bis da da unten und Ende. Bringt mir den Hofnarren. Oh. Oh, doll, Privatkonzert von Metallica. Ich muss jetzt gleich hier richtig mit den Anweisungen da rausbrettern, ne? Da unten sind sie. Sag scheit, sobald sie krägt sind, ne? Dann hab ich sie gelernt. Sorry. Oh, ich hab einen getroffen, da glaubst du doch mehr, aber mir geht's um Aris da drauf. Ja, das ist eine gute Idee. Die glauben doch nicht, dass sie hier einen Gott angreifen können. Ja. Da, jung. Da. Hab ihn, Gregs? Hab ihn. Oh, jung. Oh, jung, was sind mir gut die, ne? Ja. Oh, die Wolken sind mir im Weg. Jetzt muss ich, jetzt weiß ich, wie ein Zeuss sich gefühlt haben muss. Oh, was ist das hier? Guck mal, hier Handschuhe. Nitrofäuste. Ja, das ist was, wo du runterfallen kannst und dann löst du es aus, wie beim Schießen und dann kriegst du keinen Schaden. Runterfallen, auslösen, schießen, keinen Schaden. Ich glaub, ich hab das verstanden. Warte, ich mach mit. Ich fall runter, ich schieße und ich hab keinen Schaden. Ich schieße nochmal, ich hab keinen Schaden. Schön, gell? Schön spitzig. Und hier unten. Jetzt müssen wir nur gucken, wir haben leider mehr Gegner wie Freunde, ne? Das ist leider so. Warte, ich geh da rein. Ich geh zu denen. Die sind auch gar nicht mal so schlecht, wie ich sehe. Die bauen hier sehr, sehr gute Gebäude. Da ist einer. Hier, bei mir ist ein, der hat da ein Dup-Konzert gemacht. Jetzt hängt er dir, Schubidu. Komm. Ja. Wunderbar, wunderbar. Ich geh mit der Gitarre. Gitarre. Hilf mir. Schönes Solo, mein Junge. Boom. Ich versteck mich hier. Oh, ist das gut. Das Problem ist nur, dass du jetzt wahrscheinlich wieder komplett da wegrennen musst. Oh nein. Und da lauern sie schon. Nein. Ja, das war's. Gut gespielt. Sehr gut gemacht. Also wirklich, ich bin so stolz auf dich. Wollen wir noch eine Runde spielen? Ja, dann können wir gerne machen. Gut, vielleicht kriegen wir ja diesmal auch nettere Mitspieler, die dann, genau, und dann gewinnen wir aufbrennen. Also, ich stelle einfach auf A. Also, ich stelle einfach auf A.